Moin Leute, was geht da? Wunderbar dazu kommt zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich natürlich wie immer, dass du eingeschaltet hast. Heute ist wieder Montag, das heißt, ihr seht mal wieder meine letzten 10 Spiele von der Weekend League. Allerdings nicht von der letzten, die habe ich nämlich gestern gestreamt, sondern sogar von der vorletzten. Aber ich habe es einfach letzte Woche nicht geschafft, euch die hochzuladen, hatte ich euch ja gesagt, dass ich euch das dann diese Woche bringe. Für euch eigentlich kein Unterschied. Ihr habt es gesehen, wir haben mit so einem kleinen Schalke-Team gespielt. Mit Harit POTM, mit Weston McKinney und mit Carbac. Ich werde euch natürlich auch nochmal ein bisschen sagen, wie ich die finde. Und ansonsten, wie gesagt, haben wir unser Team halt ein bisschen umgebaut, unter anderem Davis und so weiter und so fort. Wir standen 20 zu 0 zu dem Zeitpunkt, also eigentlich perfekt. Ich habe es niemals erwartet, da wir halt jetzt wie gesagt nicht mit dem allerbesten Team gespielt haben. Klar, wir hatten vorne jetzt hier 7 Totti, R9 und auch Hullit. Aber der Rest war eigentlich relativ, ich sage mal, basic. Wir hatten auch Lehmann im Tor, auch das, weil er ja auch mal ein Schalker war und ich wollte ihn einfach mal spielen. Und so weiter und so fort. Das auf jeden Fall dazu. Ihr seht es aber direkt, im ersten Spiel lagen wir 2-0 hinten. Das war ein Spiel, da war ich nebenbei ein bisschen auf Discord am Chillen. Habe dann irgendwie nicht so wirklich aufgepasst. Und der Gegner war aber ganz gut und hat mir dann hier leider mit Adama Torre, der irgendwie gefühlt zwei Stunden schwacher Fuß hat und überhaupt nicht schießen kann, mit dem Linken den reingehauen. Das war ein bisschen ärgerlich. Das heißt, wir haben das Spiel leider direkt verloren. Deswegen gibt es keine Chance auf ein 30-0, obwohl bis dahin ich eigentlich ganz gut gespielt habe. Und ihr seht es aber, das Matchmaking war auf jeden Fall nicht ganz ohne, habt ihr ja an den Teams gesehen. Aber heute soll es natürlich darum gehen, um diese Weekend League, also jetzt, die halt gestern war und auch die davor in der Woche. Denn ich habe jetzt einige Spiele gerade mit McKennie und auch mit Carbac gemacht. Wie gesagt, gestern auch im Stream habe ich ein bisschen über die geredet. Viele haben mich nämlich gefragt, wie ich die denn so finde. Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt wirklich ohne die Schalke-Brille, dass man die wirklich sehr, sehr gut spielen kann. Es ist klar, dass ich natürlich da jetzt einen Fokus drauf gesetzt habe. Ihr wisst ja, ich habe mich einfach sehr über die beiden Karten gefreut. Es ist so ein bisschen, man kann es eigentlich ganz klar sagen, P.O.T.M. Harit ist nicht wirklich für Champions fähig. Der ist halt mal gut, aber der ist einfach nicht gut genug, wenn ihr versteht, was ich meine. Der ist ganz nice und mit dem kann man mal Spaß haben. Aber in den wirklich wichtigen Spielen merkt man schon, dass es jetzt nicht so die allerheftigste Karte ist. Bei Carbac und gerade auch bei Weston McKennie finde ich das genau Gegenteil. Ich finde, dass man die wirklich sehr, sehr gut spielen kann. Also ich kann die euch wirklich empfehlen, zumal viele haben jetzt wahrscheinlich dann auch Davis gemacht und McKennie sowieso. Da hat man einfach ein sehr gutes Dreieck und das ist halt nicht so wirklich teuer. Das kann ich euch einfach nur mal auf den Weg geben. Ich habe jetzt wie gesagt beide Weekendings damit gespielt. Beides mal auch eigentlich recht erfolgreich. Und von daher, ja, das lag auf jeden Fall dann nicht an denen, dass wir nicht gewonnen haben. Und vor allem Carbac hat mit seinen 80 Tempo mir auch nochmal sehr, sehr gut gefallen. Es gibt ja, finde ich, dieses Jahr nicht so wirklich den aller, allerbesten Verteidiger. Am Anfang war es meiner Meinung nach, Roger van Dijk hier übrigens, das war Hammer unnötig. Der ist einfach in der Halbzeit, ich habe den die ganze Zeit dominiert, habe kein Tor gemacht, ist ja halt rausgegangen. Das habe ich mittlerweile immer, immer häufiger. Auch jetzt gestern in der Weekendings hatte ich irgendwie drei oder vier Leute, die dann direkt bei einem 0-0 rausquitten. Ich weiß nicht warum, weil sie mir irgendwie einen reindrücken wollen, weil sie nicht gegen das Team spielen wollen. Aber das verstehe ich halt nicht, weil warum, wenn man nicht spielen will, dann kann man doch wenigstens dem Gegner den Sieg schenken. Ich verstehe das nicht, wenn ich in Division Rivals oder so, keine Ahnung, nicht gegen irgendein Team spiele, was auch die Iconsource macht, dann kann ich doch dem Gegner wenigstens den Sieg gönnen. Zumindest hoffe ich, dass ihr das alle da draußen macht, weil das ist einfach nur unnötig, dass man dann den Gegner dadurch die Zeit raubt und man selber trägt davon ja keinen Schaden. Aber das, glaube ich, beschreibt so ein bisschen die FIFA-Community. Leider muss man sagen, gerade in Up4 Champions ist einfach alles nur noch irgendwie darauf orientiert, sein Gegenüber, seinen Gegner irgendwie möglich zu provozieren. Ich finde es einfach sehr, sehr schade, dass dadurch halt so ein bisschen der Spaß verloren geht und genau durch sowas halt. Ja, das war ein Spiel, das war ein bisschen, ja, so relativ knapp. Ihr habt es gesehen, der hatte zehn Schüsse, ich fünf. Das war, naja, nicht so super geil. Worum es aber eigentlich gehen soll, gerade in der Weekend League, ich habe es euch, glaube ich, auch einmal kurz halt reingeschnitten. Ich hatte extreme Server-Probleme. Das war absolut crazy. Ich habe das ja schon so oft gesagt in irgendwelchen Interviews. Letztens im Fernsehen habe ich das sogar gesagt, als wir bei Up4 7 Max waren wegen der virtuellen Bundesliga. Ich sage es immer in meinen Videos. Ich mache Twitter-Posts, ich mache und und und. Ich verstehe einfach nicht, warum die Server von Jahr zu Jahr schlechter werden. Ich hoffe, dass ich euch die Szene reingeschnitten habe. Ich habe das halt, wie gesagt, jetzt schon vor ein paar Tagen geschnitten. Ich schaue mir jetzt die Spiele gerade auch selber noch mal live, mehr oder weniger zum ersten Mal an. Aber hier war das, glaube ich, in der 115 Minute oder so. Daran sieht man einfach mal, wie hart das Spiel teilweise geleckt hat. Das war, das ist ein absoluter Skandal gewesen. Muss man einfach mal so sagen. Ich weiß nicht, warum wir bezahlen alle so viel Geld und die Server sind so schlecht und ich habe irgendwie abends gespielt oder so. Genau, das ist hier die Szene. Wenn ihr mal darauf achtet, wie oft es leckt in so ganz, ganz kurzer Zeit. Achtet, das ist einfach unspielbar. Guckt euch an, was mein CSI macht. Vor allem, was mir halt auch so immer wieder auffällt, wenn halt die Verbindung schlecht ist, machen halt auch die Spieler irgendeinen Blödsinn. Also ich habe immer das Gefühl, wenn das, wenn es schon irgendwie immer ruckelt, ja, dann ist es sowieso schon total schwierig zu spielen. Aber dann spielen die Spieler irgendwie auch nicht so, wie sie eigentlich spielen. Also das heißt, dass der Ball dann so verspringt, dass dann irgendwie der Pass komisch kommt. Ich weiß nicht, ob es halt daran liegt, weil man dann vielleicht falsch drückt, weil die Eingaben dann falsch wiedergegeben werden. Zum Beispiel, wenn ich halt irgendwie Sprinten drücke beim halt annehmen, was man ja eigentlich nicht machen sollte, weil man sollte ja eigentlich immer die Sprinten-Taste loslassen. Zum Beispiel sowas, dass halt deswegen dann, dass, ja, wie soll man sagen, dass halt deswegen dann der Spieler den Ball irgendwie falsch annimmt. Keine Ahnung, warum das so ist. Aber, ja, kann man halt irgendwie auch nichts ändern. EA musste halt was verändern. Hier übrigens, das war das Spiel, was wir dann leider auch noch verloren haben. Das war das zweite Spiel, was wir innerhalb von relativ kurzer Zeit verloren haben. Da habe ich auch 2-0 geführt. Das war dann ein bisschen unnötig. Da habe ich danach dann gedacht, ja, wird ja ein easy win. Und dann stand es, ihr habt es gesehen, innerhalb von 5 Minuten hat Eusebio mir zwei richtig kranken Schüsse reingedrückt. Gut, kann wahrscheinlich eher 9 auch, aber ich hatte generell nicht so wenig damit gerechnet. Und das Tor, das war ein bisschen unlucky. Da habe ich euch zwar nicht ganz mit reingeschnitten. Ich hatte vorher zwei, dreimal den Ball. Das war ein bisschen Pech. Der Spieler hat aber auch 29-1 geholt. Das war halt ein anderer Pro. Und im Prinzip, ihr habt es gesehen von den Stats, das war jetzt nicht ganz unverdient. Aber trotzdem, wenn man halt 2-0 führt, verliert man ungern. Das muss man einfach mal so ganz klar sagen. Dennoch, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Wir haben trotzdem jedes Spiel gewonnen. Das heißt, wir haben unter anderem mit Harit vorne und halt mit Kavak und mit McKennie und mit Lehmann und so. Also mal mit so einem etwas anderen Thema haben wir halt trotzdem 28-1 geholt, was, wie ich finde, eine sehr, sehr gute Leistung. Ist halt nicht in die Top 100 gekommen. Ich habe ja jetzt noch, ich habe euch ja meine Weekend League Rewards dazu nicht hochgeladen. Ich habe es euch ja erzählt. Ich war ja in München. Ich habe natürlich meine Informpacks aufgespart. Meine roten Playerpacks, die waren jetzt eh nicht so wirklich relevant. Die habe ich euch jetzt nicht hochgeladen. Die habe ich gestern im Stream kurz geöffnet. Der hatte ich, glaube ich, einen roten Sancho. Den habe ich kurz einmal gestern gespielt. Aber, naja, wie gesagt, war jetzt eh nicht so ein Hammer-Team-of-the-Week mit irgendeinem Spieler, den ich jetzt unbedingt haben möchte. Und, wie gesagt, die Informpacks habe ich aufgespart. Jetzt in der Weekend League kam ich leider nur in Elite 2. Lag vielleicht auch ein bisschen am Stream, weil ich habe dann einfach 15, 16 Spiele durchgestreamt. Gar keine Ausrede. Ich hatte einfach gestern Lust zu streamen und ich dachte mir, ob ich jetzt das eine Elite-Pack mehr oder weniger habe, ist im Prinzip auch egal. Das heißt, wir haben jetzt aber zumindest schon mal drei Premium-Team-of-the-Week-Packs aufgespart. Und das eine Elfer-Inform-Set. Und ich hoffe natürlich, dass irgendwann dann ein gutes Team-of-the-Week kommt. Dann werden wir die dann natürlich alle aufbewahren. Ich kann auch jetzt 86 plus Upgrade-SBCs wieder mindestens eine machen. Wenn ich jetzt, also eigentlich kann ich sogar zwei machen. Ich überlege, das könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ich so spiele, zum Beispiel, ich habe einen roten Lewandowski, ich habe einen roten Werner, ich habe einen roten Insigne. Ich könnte zwei Foot Champions Upgrade-SBCs machen und alle meine roten Karten abgeben, außer Maris. Maris habe ich jetzt schon wieder auch mal eingewechselt, den fand ich noch mit am besten und mit am spielbarsten. Würde die auch so 90er rote Karten abgeben, es ist halt wichtig, ich spiele diese Karten halt nie. Aber sie haben halt einen ganz guten SBC-Wert. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, ja, das sind so, keine Ahnung, 45, 50k. Ist jetzt nicht wenig, machen wir uns nichts vor, aber dafür ist es halt eine rote Karte. Und man kriegt halt, wenn man ein bisschen Glück hat, kann ich halt vielleicht zwei auf einmal machen und dann kriege ich vielleicht eine geile spielbare rote Karte. Da könnt ihr mir gerne mal raten, wie vielleicht auch bei euch die roten Upgrade-Picks waren, weil ich habe jetzt noch nicht so viele machen können, weil wie gesagt, ich habe ja immer mal auf RTG-Account gespielt. Da werde ich übrigens nächste Woche spielen, versprochen. Da habe ich jetzt nämlich Zeit für diese Woche, um mich um das Team zu kümmern. Wir müssen auch noch Iconswaps und so weiter machen. Ich muss noch einiges jetzt spielen, Scrop-Battles vor allem. Da könnt ihr mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben, hattet ihr Glück bei diesen Upgrade-Packs oder bringen die eigentlich nichts und ich sollte mir mehr oder weniger die ganzen Spieler lieber in irgendeine SBC ballern, weil man spart ja schon, wenn ich jetzt viele 88er habe, eine 90er, eine 87er und so, dann spare ich ja bestimmt 300k oder so bei der nächsten SBC. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine, ob sich das nicht vielleicht sogar mehr lohnt als dieses Upgrade-SBC-Ding, weil es gibt jetzt mittlerweile so viele 86-Plus-Informs, weil ja viele jetzt einfach schon Informs haben und dann ist es halt der zweite oder halt irgendwie dritte Inform. Wie gesagt, gerne könnt ihr mir da euer Feedback in die Kommentare lassen. Das ist auf jeden Fall jetzt, glaube ich, schon so langsam zum Ende. Ich habe übrigens auch noch Sokrates gespielt, das sehe ich hier gerade, als der Bursche hier ein Tor macht. Den habe ich auch jetzt in der letzten Mykin League gespielt. Ich hatte ihn eigentlich nur drin wegen der Chemie, wegen Militar. Im Endeffekt, ich wollte einfach R9 jetzt nicht als ZDM umwandeln und so, das ist nämlich so übel teuer. Da dachte ich mir, komm, spielst du mal mit Sokrates. Ich habe meistens in der 4-2-3-1 gespielt und hatte dann sogar Hullet als Zehner und Sokrates als ZDM. Ich weiß, Hullet kann natürlich viel besser verteidigen, aber Hullet ist einfach nach vorne hin viel, viel wichtiger. Und dann dachte ich, Sokrates, der ist halt groß, der ist noch physisch stark. Ja, und daneben beim besten McKennie war das auch auf jeden Fall völlig okay. Der war ganz solide, war jetzt nicht die allergeilste Icon, aber war schon okay. Und dann stand ich hier 27-2 und dann war ich mit meinem guten Freund Max Malle. Ihr habt ja auch das Video gesehen, er ist ja absoluter Nils-Petersen-Fan im Call und bei mir ging es um nichts mehr. Und deswegen dachte ich mir, okay, spielst du jetzt das letzte Spiel mit Nils-Petersen? Ihr habt das Team gesehen, er hatte Prime R9 und so und Nils-Petersen, ja, hat ihn einfach frisch gemacht. Guckt euch dieses Volitor an von einer 78er-Karte. Wie gesagt, ich habe einfach nur so just for fun gespielt um den letzten 28. Sieg. Für mich ging es ja um keinen Rang mehr und dann dachte ich mir, gut, wenn der Gegner jetzt gewinnt, gar kein Problem. Ich habe auch versucht, nur über den Nils zu spielen. Er hat dann auch eine schöne Torverlage gegeben und dann habe ich halt das Spiel 2-0 gewonnen. Das war das einzige Spiel von allen 30, was mir wirklich Spaß gemacht hat. Mit Max Malle im Call, mit Nils-Petersen, auf jeden Fall für den Nils könnt ihr mal einen Daumen nach oben lassen. Das war mega nice. 28 Siege mit diesem Team war frisch, wie ich fand. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mal so ein bisschen mit ein paar anderen Spielern, anderen Teams. Das wollte ich ja sowieso machen. Kabak und McKennie kann ich bestens empfehlen. Harit geht so. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.